Das ist ein neues Video! Vor allem mir und Dodo. Heute öffnen wir die Eier. Harry Potter. Von Harry Potter Kinder Joy. Kinder Schokolade. Schokolade ist ja lecker. Special Edition. Ja, ja, ja. Wir öffnen einfach eins. Also es geht ein goldener Harry Potter. Wer ist das denn? Ich habe noch nie Harry Potter geguckt. Ich schon. Eigentlich alles. Ja, das ist ein Mädchen. Ich kenne das nicht. Jetzt mach Dodo. Bro, am Ende sehen wir jetzt schon. Es kann ein bisschen dauern, wie das schien. Ja, kann auch. Wird auch dauern. Vertraue. Geht nicht lange. Kurz gedacht. Ich habe richtig kurz gedacht. Was ist das denn? Ich kenne das nicht. Ich habe davon noch nie gehört. Ich kenne den Harry Potter. Das ist einer mit einem Besen. Das ist so einer, der am Fliegen ist. Stark. Okay. Mach das nächste schon mal auf. Okay. Mach das nächste schon mal auf. Okay. Mach das nächste schon mal auf. Entweder krieg ich mich auf Goyen, Hüpfel, Tore oder gar nicht. So. Alter, wer ist das denn? Kenne ich auch nicht. Du kennst ja auch alle nicht. Ich kenne davon niemanden. Wir machen einfach nichts auf. Suchen wir machen das letzte. Ja, okay. Da wird, ey, ich merke jetzt schon, da ist nichts drin. Guck. Guck mal, was ist das? Äh, äh, das sehe ich jetzt auch nicht. Muss das sein. Komm du, du machst das nächste. Wird da nicht drin sein. Ich weiß das. Das ist meine Schokolade. Wie viele hast du denn, ehrlich? Zwei. Guck mal, was da drin ist. Du kannst die Lässe Schokolade haben. Ich zieg's hier in den Löffel. Ja. Cool. Cool. Also, das ist was sehr besonderes, glaube ich. Ja. Ja. Sehr krass. Das ist halt das, was wir immer ziehen wollten. Oh. Ja. Also, ja. Das ist ja natürlich Dings. Also, ich... ... 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